und heute werfen wir wieder einen blick auf funk bzw wie man da recht günstigen blick drauf werfen kann. fangen wir erstmal vorne an. was ist denn überhaupt hier funk? wovon reden wir denn da? naja da reden wir davon, dass frequenzen über üblicherweise luft übertragen werden. wo kommt frequenz her? naja wir haben ein signal das wechselt periodisch einfach mal die richtung und die anzahl wie oft das pro sekunde hin und her geht das ist die sogenannte frequenz. frequenz selber hilft uns aber nichts. üblicherweise wollen wir informationen übertragen. das macht man dann entweder indem man die höhe des ausschlags also sozusagen die lautstärke verändert. das ist dann die amplitudenmodulation oder am. alternativ macht man es heutzutage mit kleinen frequenzänderungen dass man diese frequenz immer ein bisschen höher, ein bisschen tiefer macht. das ist dann die sogenannte frequenzmodulation fm und dadurch wie man das in der höhe oder in der frequenz ändert kann man informationen darin verstecken. die namen kennt man eventuell schon vom analogen radio. da gibt es ja auch am radio und fm radio. digital gibt es so was ähnliches. da heißt das dann ask und fsk. amplitude shift keying und frequency shift keying ist im prinzip genau dasselbe nur dann für digitale daten. heutzutage wird es dann meistens noch in diversen formen kombiniert. das kann dann zum beispiel die quadratur amplitudenmodulation oder quam qam sein. das ist aber im prinzip alles basierend auf diesen amplitude und frequenzänderungen also höhe und frequenz hin und her schieben. wenn man jetzt sehen möchte was wo wie ist dann hat man bei frequenzen und solchen signalen viele möglichkeiten. für einzelne signale die sich möglichst wiederholen. da kann man ein oszilloskop nutzen. kennen denke ich die meisten ja schon. so ein oszilloskop ist aber eigentlich eher dafür gedacht auf spannung und zeit zu gucken und nicht auf frequenz. es gibt zwar teilweise die möglichkeit da eine sogenannte fft analyse einzuschalten. damit kann man das so ein bisschen sichtbar machen. aber wie gesagt das ist nicht gerade das der fokus von so einem oszilloskop. entsprechend ist die qualität die daraus fällt teilweise ziemlich dünn. und die bandfreiheit ist auch eingeschränkt. wenn man guckt mein oszilloskop zum beispiel das kann bis 100 megahertz. und wenn wir jetzt allein mal gucken. fm radio hat den frequenzbereich 87,5 bis 108 megahertz. ist also eigentlich schon außerhalb der spezifikation von so einem oszilloskop. und spätestens wenn wir noch höhere frequenzen holen. zum beispiel 433, 868 megahertz oder gar hoch 2,4 oder 5 gigahertz. da ist das dann natürlich nicht so dolle. wenn man jetzt statt spannung und zeit lieber leistung und frequenz sehen möchte. dann ist das messgerät der wahl eigentlich ein sogenannter spectrum analyzer oder spektrum analysator. die decken dann üblicherweise alles zwischen so einem megahertz und vielen gigahertz ab. zumindest bei dem was man sieht. technisch da empfangen sie nämlich nicht alles auf einmal. sondern nutzen sogenannte sweeping. das heißt es wird eine frequenz eingestellt. dann wird geguckt ist da was. wie stark ist das signal. das wird notiert. dann geht man zur nächsten frequenz. so ich bin jetzt hier eventuell ein bisschen langsamer beim radio. das ding ist natürlich da ein gutes stück schneller. und ja die geschwindigkeit hängt dann davon ab. wie qualitativ das ding ist und wie viel man auswählt. aber die dinge haben auch einen großen nachteil. der preis. diese dinge sind nämlich üblicherweise mindestens vierstellig. tendenz eher zu fünfstelligen euro beträgen. also nichts was man sich mal eben in die ecke stellt. es gibt aber noch eine andere möglichkeit zum empfang von frequenzen. die hatte ich vor langer zeit mal gezeigt. das sind nämlich sogenannte sdrs. software defined radios. die günstigste variante. das ist wahrscheinlich der rtl sdr. das ist ein chip von realtech. der ist eigentlich dafür gedacht dvbt zu empfangen. also ein bisschen software kann man den aber so umbiegen. dass man damit quasi beliebige frequenzen die er einstellen kann empfangen kann. die werden dann in rohdaten an den pc weitergegeben. und die kann man dann da beliebig auswerten. so dass man nicht nur fernseh empfangen kann. sondern auch alles andere was irgendwie in frequenz kodiert ist. bei den meisten geräten da hat man da so einen frequenzbereich von etwa 50 megahertz bis hoch 1 bis 2 gigahertz. einziger nachteil. man kann sich immer nur so kleine streifen von so etwa 2 megahertz gleichzeitig angucken. vorteil dafür wie gesagt der preis. die dinger die gingen glaube ich früher für so 10 bis 20 euro weg. heute kommt es immer sehr darauf an wie gerade die preise stehen. das ding wird wie gesagt meistens sdr genannt. es gibt aber noch, nennen wir es mal in air quotes, richtige sdrs. die haben dann meistens den größeren frequenzbereich, bessere qualität und können technisch nicht nur empfangen sondern auch senden. zumindest natürlich dann wenn man eine lizenz hat. so ein gerät habe ich auch hier. das ist jetzt das sogenannte radio. das ist von der veranstaltung. wird glaube ich nicht im handel vertrieben. technisch ist es aber relativ ähnlich zum heck rf1. das gibt es im handel. listenpreis irgendwo so um die 200 euro. hier das radio deckt zwischen 50 megahertz und 4 gigahertz ab. der original hacker f zwischen einem megahertz und 6 gigahertz. also deutlich größere sachen. aber genug geschwafelt. wir wollen mal ein bisschen beispiele machen. und da habe ich mir mal zwei dinge ausgedacht. zum einen wollen wir mal eine liste von radiosendern uns angucken. also wie sind die radiofrequenzen belegt. und dann möchte ich mal aufs 2,4 gigahertz spektrum gucken. also fangen wir mal mit den radiosendern an. fm radio ist wie gesagt bei 87,5 bis 108 megahertz. ist wie gesagt sehr am rand von dem was man oz kann. deswegen überspringe ich das direkt mal. da ist eh nicht viel zu erkennen. also weiter zu rtlsdr. als software nutze ich hier gqrx. wie man die installiert und die treiber installiert und so hatte ich damals im video ja schon erklärt. wiederhole ich jetzt nicht noch mal. und wenn wir jetzt hier zum beispiel auf 100 megahertz gehen und einschalten. dann sieht das hier so aus. allzu viel ist nicht zu sehen. was untereinander daran liegt, dass auf der frequenz kein sender ist. wenn wir ein bisschen weiter gehen. hier kann man es eventuell erkennen. ich versuche das mal gerade ein bisschen hier zu fixen. so funktioniert das doch besser. wir sehen jetzt hier entsprechend einen radiosender. wir haben jetzt hier unser signal, was wir entsprechend hier sehen an dieser einen stelle. was dadurch auffällig ist, dass wir hier eine höhere leistung haben, sage ich mal, als im normalen rauschen. und wir können sogar hier dekodieren in der software und reinhören. aber naja, das ist nur ein relativ kleiner bereich. das hat zwei ursachen. zum einen, naja, unser rtlsdr ist ohnehin relativ klein. wenn wir stattdessen ein anderes sdr nutzen, da können wir das dann deutlich größer schon mal machen. und hier sehen wir schon, hier sind mehrere kanäle. wir haben hier unten einen. wir haben hier einen sender. wir haben hier den sender, den wir gerade schon hatten. eventuell noch ganz schwach hier welche. wobei, nee, das sieht mir nicht so aus, ob das sender sind. also drei sender können wir sehen. aber wir sehen auch hier, das geht jetzt nur von 91 bis 98. wir wollten ja den kompletten bereich von 87,5 bis 108. und selbst wenn ich jetzt hier mein größeres sdr hole und das auf die maximale eingaberate stelle, das sind 20 megahertz bandbreite, naja, dann sieht das hier so aus. wir haben zwar einen deutlich größeren bereich von 86 bis 104, aber selbst wenn wir uns hier anstrengen, 87,5 bis 106 kriegen wir halt nicht hin. der bereich, oder 108 ist es ja sogar. das kriegen wir nicht hin. dafür ist die bandbreite, die das ding hier gleichzeitig empfangen kann, zu schlecht. aber wir wollen ja die bandbreite. also was nu? naja, wir hatten ja dieses sweeping eben schon angesprochen. also irgendwas einstellen, dann notieren. naja, technisch hält uns ja nichts davon ab, das auch hier mit einem sdr zu machen. das ist dann zwar langsamer, aber wenn ich hier die frequenz ändere, das braucht immer einen moment, bis dass er das erkennt. aber theoretisch müsste ja auch das funktionieren. das ganze machen wir dann aber nicht mit hier der software, sondern da brauchen wir was anderes. und das nennt sich q spectrum analyzer. wenn wir jetzt hier in die software reingucken, dann sieht das erstmal ähnlich aus. wir haben hier oben eine frequenzansicht, wir haben hier unten eine frequenzansicht als wasserfall. okay, so weit so gut. aber wir haben hier an der seite ein bisschen mehr einstellungen, was so die frequenzen besteht. nämlich nicht einfach nur die mittelfrequenz, die wir eben ja im oberen bereich eingestellt haben, sondern hier machen wir einen start und stopp. also zum beispiel 87 bis 108 oder 87,5 ist es ja eigentlich. die bin size 10 kilohertz ignorieren wir jetzt erstmal. das ist im prinzip die auflösung. je höher wir die auflösung machen, desto genauer sehen wir die signale, aber desto langsamer wird das ganze auch. und wir sehen hier der scannte, weil ist auf zehn sekunden gestellt. das ist für den spektrum analysator sehr sehr langsam, aber er kostet halt auch ein bisschen weniger. das ganze funktioniert dank dem gerät dahinter oder der technik dahinter, was wenn wir reingucken standardmäßig sopi power von sopi sdr ist mit nahezu allen geräten. alternativ gibt es auch hack rf sweep, klappt aber nur mit dem original hack rf oder rtl power, was speziell für diese rtl sdr ist. ich bleibe jetzt einfach mal bei sopi, lass die sample rate auf default und alles und dann versuchen wir das einfach mal. klicken wir mal auf start, ob er was tut. und ja viel sehen wir jetzt nicht. ja okay ich hatte einfach durch scrollen hier ein bisschen was verstellt. und ja hier so sieht das ganze aus. das ist leider nicht sehr hilfreich, wenn ich mir das hier so angucke. das hängt damit zusammen, dass er in den randbereichen wohl nicht so schön ist. das kann man aber durch einstellungen durchaus noch ändern. wir hatten ja hier die möglichkeit unter anderem die sample rate zu ändern. dann machen wir die einfach mal auf, keine ahnung, ein megahertz runter. lass uns dann noch mal laufen. mal gucken, ob es dann besser wird hier mit diesen dingen, die nach unten gehen. aber eventuell habt ihr schon erspäht, dass da so ein paar spitzen drin sind. also es geht schon in die richtige richtung. jetzt muss mal einen moment laufen. ideal ist es immer noch nicht. aber wie gesagt, das sind dinge, die kann man durchaus in den griff bekommen. wir sehen auf jeden fall, hier haben wir einen sender, hier haben wir einen sender, hier haben wir einen sender, hier haben wir einen sender. also ungefähr dasselbe, was wir eben auch gesehen haben. aber diesmal für die komplette strecke. so ich mache das ganze jetzt hier noch mal mit dem hkf oder radio ist es ja. mit dem mal laufen. und hier ist immer doch jetzt dasselbe frequenzband noch mal mit dem radio. ist immer noch nicht perfekt eingestellt. auch die antenne ist nicht 100 prozent passend. aber ich denke wir sehen hier relativ gut, dass wir auch hier ungefähr hier auf jeden fall ein signal haben. wir haben hier ein deutliches signal. hier eventuell. hier sehen wir es ja auch noch. und ja, so können wir dann schön hier sehen, wo sender sind und wo nicht. wie gesagt, wenn man es sauber einstellt, saubere antenne benutzt, natürlich deutlich besser als hier der kram. ja und ich habe das ganze jetzt noch mal mit 2,4 gigahertz gemacht. wenn wir gucken, startfrequenz ist 2,4 gigahertz. ende 2,485. das ist so in etwa das, was wlan nutzt. wenn wir jetzt mal hier aufs bild gucken. viel kann man nicht erkennen. zugegeben ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil wlan eine sehr geringe sende leistung hat und ich hier etwas seltsamen aufbau. aber ich denke wir können relativ gut sehen. wir haben hier 2,4 1 gigahertz relativ viel. eventuell hier so ein kleines bisschen. hier so ein kleines bisschen. da kann man auf jeden fall ein bisschen was erkennen. und wenn wir das mal so mappen, naja, wo sind wir denn hier? naja, etwa bei 2,41. 2,41 gigahertz. das entspricht kanal 1 und das kommt auch genau hin, denn da funken meine freifunkrouter und da dürfte wahrscheinlich ein bisschen traffic drauf sein. wohingegen hier hinten, wenn wir hier gucken, hier sind wir bei kurz vor 2,47. das ist kanal 13 und kanal 13 ist hier aktuell mein iot wlan und das können wir auch relativ einfach testen. ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen last hier auf das iot wlan, mache also extra traffic und ich glaube man kann relativ gut sehen, hier hinten ist definitiv ein kanal in benutzung. das ist natürlich alles relativ schwierig zu sehen. wie gesagt, wlan relativ geringe sende leistung. wenn ich jetzt aber zum beispiel mal mein bluetooth headset einschalte, ja, das macht sich dann doch so ein bisschen mehr bemerkbar. insbesondere natürlich, weil der sender näher dran ist. mein bluetooth headset und mein laptop, die sind hier direkt am tisch. der wlan access point ist deutlich weiter weg, entsprechend schwächer. wir können ja aber auch noch ein paar schöne sachen sehen, wenn wir uns hier ein bisschen laufen lassen. und zwar sehen wir hier, wenn wir im wasserfall gucken, am anfang, da hat sich das bluetooth headset hier über alle frequenzen in diesem 2,4er band, was wir nutzen dürfen, breit gemacht. aber nach einem kurzen moment hat es sich dann hier drauf beschränkt. und das hat auch einen relativ einfachen grund. denn bluetooth selber, das macht einmal frequency hopping, das heißt also, das was wir unten sehen, wir sehen, der benutzt irgendwie alle frequenzen mehr oder weniger gleichzeitig. in Wahrheit ist es hintereinander, aber er versucht das halt zu verteilen, einfach um störfestigkeit zu bekommen. aber er versucht eben auch anderen sendern aus dem weg zu gehen. und genau deswegen lässt er hier den bereich und hier den bereich frei, weil er erkennt, moment, da ist irgendwas anderes am senden. in dem fall hier meine wlans. und deswegen konzentriert er seine sendeleistung auf die kanäle, die hier aktuell nicht benutzt sind. und das sind so schöne sachen, die kann man hier halt mit so einem spektrum analysator dann entsprechend sichtbar machen. wie gesagt, hier in dem fall sehr eingeschränkt. einfach dadurch, dass die hardware und das ganze nicht extra dafür gebaut ist. es ist entsprechend langsamer. eventuell muss man ein bisschen rumfummeln mit den einstellungen, bis dass man halbwegs gutes bild bekommt. aber wie ihr seht, man kann es machen. es gibt natürlich noch viel mehr und viel komplexere sachen, die man mit spektrum analysatoren machen kann. insbesondere wenn wir dann in den bereich tracking generator und co. gehen. aber ihr seht, dass man dafür nicht unbedingt die teure hardware braucht, sondern ein paar sachen. die kann man auch einfach mit ein bisschen software machen, wie zum beispiel hier diesen q spectrum analyzer. und ich bin ehrlich gesagt sehr sehr froh, dass ich den entdeckt habe. denn naja, man sieht ja hier auf dem bildschirm, wir kriegen definitiv hier informationen raus, die wir anders nicht gesehen hätten. in dem fall hier zum beispiel, dass das bluetooth headset sich auf die freien kanäle beschränkt. das sind so sachen, die können manchmal durchaus hilfreich sein. und in jedem fall, naja, das ding hier ist langsam. das ding hier muss man sehr viel hin und her stellen, um ein sauberes bild zu bekommen. aber die informationen kommen am ende raus und das ist für mich ausreichend. das heißt, ich kann mir jetzt für das erste hoffentlich die anschaffung von so einem teuren profigerät erst mal sparen. und das ist natürlich dann auch gut für den geldbeutel. ja, wie gesagt, software geht. bild haben wir da. also ich glaube, können wir zusammenfassen als tut, was es soll. also ich glaube, können wir zusammenfassen als tut, was es soll. und das ist das. ich glaube, wir haben ein paar punkte, wir haben eine ganze Zeit in der Zeit,